Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute haben wir mal ein Thema zu besprechen. Ich habe einen neuen Kanal erstellt und wer hier halt aktiv war auf meinem Kanal am Zuschauen, der sollte unbedingt in der Beschreibung den neuen Kanal abonnieren, damit er nichts mehr verpasst von mir. Ja, und auf jeden Fall, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn einige Leute wieder zurückkommen würden. Das würde mich sehr freuen, damit meine Community wieder vereint ist und vielleicht besser. Ja, wenigstens habe ich geklappt. So, gut, es ist doch, aber heute ist es noch nicht gut. Und dann vom Boden habe ich. Ich versuche mal hier irgendwo wieder hochzukommen. Ich glaube, dafür muss ich hier durch den Platzbach. Ja, also auf jeden Fall checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Dort kommt ihr zu meinem neuen Kanal und eben könnt ihr abonnieren, falls ihr meine alten Videos hier mochtet. Die Videos dort werden halt besser sein als die bisherigen auf dem Kanal, denn er. Ja. Ist der Hitomi? Ist der Hitomi? Ich glaube es. Gut, also, ich hoffe einfach, dass einige Leute kommen werden. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute dieses Video überhaupt noch sehen werden, weil ich weiß, dass sehr viele Zuschauer inaktiv sind oder einfach mal abonniert haben, da ich ein Intro gemacht habe. Aber auf dem neuen Kanal will ich keine Abonnenten von Intro oder so, sondern einfach, weil ihnen meine Videos gefallen, wie ich sie mache, wie ich sie gestalte, wie ich moderiere, Projekte, PvP können, einfach das Zeug und nicht. Irgendwelche Abonnenten. So, Abonnenten halt. Und wir sind in Teams verboten, ne? Gut, dann haben wir mal weggeschossen. Eigentlich geht es mir hier gar nicht so ums Gameplay, sondern einfach um diese Information, dass ihr eben auf meinen neuen Kanal joinen sollt. Und nach den Sommerferien wird auch mein eigener Server online gehen, aber das bespreche ich dann auf meinem anderen Kanal. So in einer Woche oder so. Und jetzt ab ins Deathmatch. Ich würde eigentlich ungern direkt drauf gehen. Oh, dort nice'n Shirt. Ich t' 밑 zu. Wollt. Oh, na, Ich t' ich bin mir da weg. Ich t' ich bin der weg. Ich t' ich bin der weg. Buchst du? Oh, fuck. Oh Gott. Oh Gott. Egal. Wie ich kriegst du denn da nicht? Nein. Okay, wie ich kriegst du denn? Weg, Buspel. Oh Gott, ne, ich will nicht Das ist wirklich der Safe Leute, alles klar Leute, Leute So, Mensch Okay, GG Also, das war's mit diesem kleinen Video Und ich hoffe, euch hat's gefallen Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf meinen neuen Kanal kommen würdet Ciao, Leute